vielleicht bin ich auch zu laut eingestellt wer weiß bleibt die alle im spawn wo habe ich nie gekriegt geht ja gar nicht nicht dass sie auf den zweiten bildschirm gekriegt habe ich mache einen ganzen die rückzug warst du drin oder draußen aber ich bin links rein ich warte hier kommen die gar nicht aus das bahnhaus das ist nur noch einer ok ich bin so schlecht treff ich da wollte jemand schwimmen gehen mal wieder und er hat im kopf gefressen was soll denn da passieren wenn du durch gehst fällt das zusammen hier next level hier battlefield chip oder so ja klar level luschen bauen sein verhindert sich die map das schiff geht unter und ist born im wasser bei uns sind welche da war einer das geländer das geländer ist denn das für einer das wieder ich habe nicht geschossen komischerweise obwohl ich gedrückt habe der kann nicht rennen lass mich mal durch um dann ins wasser zu springen oder Oh lord, da ganz schön. ja das ist der typ schon wieder wird mich durch die wand erschossen das ist team speak 3 den kannst du nicht treffen wir dürfen nicht töten sonst können wir nicht mal darüber miteinander reden von unten glaube ich oder irgendwo da kommt ganz viele kreis von vom dach auf dem dach ist team speak 3 lassen da hat er guten empfang ist schon habe ich gemacht abgestürzt was regt sich der typ das auf der hot step hört sich so an wie eine tanz film ich bin gegen die wand geklatscht ja die sind gerade aus der tür gestürmt wie das wort team team speak 3 hat das spiel verlassen nein aber du bist noch da ja 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 der hat mich nicht gesehen meine chance die ich verkacke ich bin so schlecht da habe ich doch noch den klick holt die sie bei uns vom swan hat jemand geschossen ja was machst du da drin auf einmal kommen da welche ich sehe kein auf einmal kommt poker chips und die ecke und wirft mich ab ja mit poker chips hat er mich abgeworfen hä wo ich den gesehen habe muss ich auch dran denken der hat mich gekillt komisch irgendwie kommen mir keine leute in der mitte sind sie im turm der wurde mit der pistole erschossen der rosti du hast ihn gleich da kommt einer bei uns ist jemand ich schieße gegen den turm ja klar mein größter feind der tour pass auf da ist jemand wie der weiße heil gehst du jetzt um die enge hier ist keiner in der mitte ist jemand ich glaube ich jetzt die treppe hoch linke seite ganz links ich habe zu hoch gezielt das warst du glaub ich das war ich glaube ich habe ich noch nicht da kann man nicht hoch ist jemand es ist jemand auf dem dach ich habe es in der mitte ist der eine hat davon hat eine sniper also die frau hat eine sniper das war nicht meine habe ich doch gesagt meine fresse der ist umgeklebt der ist gestolpert über die dachziegel oder wie das heißt ich kann man einen kaum treffen wenn man hier hinter steht das ist ich war geflasht ich muss mich mal kurz zurückziehen da wäre beinahe was schiefgegangen ich bin so blöd 5000 daneben aber dann getroffen oben auf dem dach schon wieder oder links ist einer zwei granaten die folder außerhalb der map gelandet sind da läuft was guten tag das erste mal 2 in deren eingang mitte kommt jetzt links raus schätze ich mal da ist einer master key habe ich gekillt ist einer bei uns war bei uns boah der kommt da raus gejumpt linke seite versteht unter BUT 3 0 Null! Da oben, ey! Äh, Untergrund 3 Untergrund 3 Oh nein, ich zöte mich selber! Ja, gemessert! Äh, draußen links Äh, bei uns? Okay Einer Nochmal raus Einer Full durchlöchert Lass mich durch! Burn hat mich schon wieder gekillt Burn, 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 der geht Den kriegen wir noch! Nee Da ist einer bei uns im Eingang Nein! Läuft in der Mitte Aber den anderen nicht Das tut nicht so viel Damage Alter, wo werfe ich die Konade an? Noll, der noch nach 50 Der eine wobbelt hier drüben rum Guck mal, der Alex ist wieder Oh oh Nein! Oh, ich werfe die Granate immer so scheiße Jump and sit! Was hast du noch geschrieben? Ja, der muss äh Spricht und sitzen Kommt Kommt er hier raus? Weil der ist festgebackt Hier unten Bei uns am Spawn Oh, hier ist ein Hier ist ein Gegner Nee Noch zwei Ich muss ja getötet werden Oh! Headshot Komm raus! Komm raus! Okay Ich gucke in die Richtung Ist keiner Und dann ist auf einmal jemand da Bei uns vorne im Eingang Toll! Der kann doch Der kann doch nicht sterben Der werfen lassen Warte, ich guck mir das mal an Ähm, wo kommt man runter? Da Der hängt hier schon die ganze Zeit Der muss sterben halt, ne? Ja Hat er keine Granate, um sich selbst zu killen? Nee, ne? Na, hat er schon ausprobiert Und es hat nicht geklappt Ah Schade Da kommt ein Gegner Aber der wurde gekillt Der hat aber vor langen gebraucht Oh, da kommen so viele Der hat aber vor langen gebraucht Oh Oh What the fuck? Ist er immer noch? Hallo, komm her Ich mich Ich mich Sehen da Oh Die töten die Ich sitze hier ganz sneaky Mal gucken, mich wer bemerkt Die schon mal nicht Der hat mich bemerkt Schnell Tarnung ist aufgeflogen Weg hier Ja, er ist tot Jetzt dürfte er nicht Oh, von hinten Lardo hat das Spiel verlassen Er ist sniper linke Seite Er ist sniper linke Seite Möglicherweise habe ich ihn dir gegeben You lose Okay, er ist frei, aber er ist das Spiel vorbei Ja So schnell kann es gehen Ah, toll Bis zum nächsten Mal